Die hierzu erwerbende neue 4-Zimmer-Erdgeschoss-Wohnung befindet sich in Leipzig-Lütschener-Starmeln. Die Immobilie wurde 1905 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, zwei Badezimmer, einen Keller sowie einen Carport-Stellplatz. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung liegt bei ca. 175 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Objekts beläuft sich auf 370.000 Euro. Wir freuen uns, Sie näher zu informieren. Die Wohnfläche der Erdgeschoss-Wohnung ist in Leipzig-Lütschener-Starmeln.